Der verschwundene Rugby-Spieler Wir waren durchaus daran gewöhnt, schicksalsschwere Telegramme in der Baker Street zu empfangen, aber eines, das uns vor sieben oder acht Jahren an einem trüben Februar-Morgen erreichte und Mr. Sherlock Holmes eine Viertelstunde Verwirrung bescherte, ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es war an ihn adressiert und lautete Erwarten Sie mich bitte. Schreckliches Unglück. Der rechte Dreiviertelspieler fehlt. Morgen unentbehrlich. Overton. Aufgegeben um 10.36 Uhr im Postamt Strand, sagte Holmes und las den Text immer wieder. Mr. Overton war anscheinend beträchtlich aufgeregt, als er es absandte, und irgendwie inkonsequent. Na gut, er wird hier sein, wage ich zu behaupten, wenn ich die Times durchgesehen habe. Dann erfahren wir ja alles. In dieser Flaute wäre mir auch das unbedeutendste Problem willkommen. Tatsächlich ging es zu dieser Zeit bei uns sehr langsam voran. Und ich hatte solche Perioden von Untätigkeit fürchten gelernt. Denn ich wusste aus Erfahrung, das Hirn meines Gefährten war so abnorm auf Aktivität eingestellt, dass es gefährlich war, es ohne Material zu lassen, mit dem es sich beschäftigen konnte. Im Laufe von Jahren hatte ich ihn allmählich von jener Rauschgiftsucht entwöhnt, die einmal seine bemerkenswerte Karriere aufzuhalten drohte. Jetzt wusste ich, dass er unter normalen Umständen das Aufputschmittel nicht mehr benötigte. Aber ich war mir sehr wohl bewusst, dass der Teufel nicht tot war, sondern nur schlief. Und ich hatte auch erfahren, wie leicht dieser Schlaf war und wie nah das Aufwachen, eben in Perioden des Müßiggangs, wenn das asketische Gesicht blutleer war und in den tiefliegenden, unergründlichen Augen ein brütender Ausdruck lag. Und so segnete ich diesen Mr. Overton, wer er auch sein mochte, weil er mit seiner rätselhaften Nachricht in die gefährliche Windstille einbrach, die mehr Gefahr für meinen Freund mit sich führte, als alle Stürme seines unsteten Lebens. Wie wir erwartet hatten, folgte dem Telegramm bald sein Absender. Die Visitenkarte des Mr. Cyril Overton vom Trinity College in Cambridge war Vorbote der Ankunft eines riesigen jungen Mannes, zwei Zentner solider Knochen und Muskeln, der die Tür mit seinen breiten Schultern ausfüllte und zwischen uns hin und her blickte, mit einem hübschen Gesicht, das vor Angst verstört wirkte. »Mr. Sherlock Holmes?« Mein Gefährte verbeugte sich. »Ich war schon bei Scotland Yard, Mr. Holmes. Ich habe mit Inspektor Stanley Hopkins gesprochen. Er rät mir, Sie aufzusuchen. Er sagte, der Fall sei, soweit er das beurteilen könne, eher etwas für Sie als für die Polizei. »Setzen Sie sich bitte und erzählen Sie mir, was los ist.« »Es ist schrecklich, Mr. Holmes, einfach schrecklich. Ich wundere mich, dass ich keine grauen Haare bekommen habe. Godfrey Staunton, Sie haben natürlich von ihm gehört. Also, er ist der Angelpunkt, um ihn dreht sich das ganze Team. Ich würde lieber auf zwei Spieler aus dem Sturm verzichten, wenn ich Godfrey für die Dreiviertelreihe haben könnte. Ob es sich ums Handspiel handelt, um den Zweikampf oder ums Dribbeln, es gibt keinen, der an ihn heranreicht. Und dann spielt er auch noch mit Kopf und hält die Mannschaft zusammen. Was soll ich tun?« »Das wollte ich Sie fragen, Mr. Holmes. Ich habe Moorhouse aus der ersten Reserve, aber der ist auf Halbspieler gedrillt und ihn zieht es immer ins Gedränge. Er kann nicht an der Auslinie bleiben. Gewiss, er hat einen satten Kiek, aber er übersieht das Spiel nicht und kann überhaupt nicht sprinten. Morton oder Johnson, die Oxford-Stürmer, würden jederzeit an ihm vorbeiziehen. »Stevenson ist schnell genug, aber er könnte von der 25-Meter-Linie keine Pässe abgeben und ein Dreiviertelspieler, der keine anständigen Sprungtritte noch das Handspiel vorweisen kann, wird man nicht aufstellen, nur weil er schnell ist. Nein, Mr. Holmes, wir sind verloren. Es sei denn, Sie helfen mir, Godfrey Staunton zu finden.« Mein Freund hatte sich mit amüsiertem Staunen diese lange Rede angehört, die mit außergewöhnlicher Energie und Ernsthaftigkeit vorgetragen worden war, zusätzlich akzentuiert durch Schläge der muskulösen Hand aufs Knie. Als unser Besucher schwieg, reckte Holmes den Arm nach seiner Notizsammlung und schlug den Buchstaben S auf. Diesmal suchte er vergebens in dieser Fundgrube mannigfaltiger Informationen. »Hier gibt es Arthur H. Staunton. Das war der hoffnungsvolle junge Fälscher,« sagte er. »Und einen Henry Staunton. Dem habe ich an den Galgen verholfen. Aber der Name Godfrey Staunton ist neu für mich.« Jetzt war die Reihe an unserem Besucher erstaunt, dreinzusehen. »Aber, Mr. Holmes, ich dachte, Sie sind ein informierter Mann,« sagte er. »Ich darf also annehmen, dass Sie noch nie von Godfrey Staunton gehört haben und auch nichts von Cyril Overton?« Holmes schüttelte gut gelaunt den Kopf. »Heiliger Bim-Bam,« rief der Athlet, »ich war Ersatzmann für England im Spiel gegen Wales und ich coache die Unimannschaft dieses Jahr. Aber das ist noch gar nichts. Ich hatte nicht geglaubt, dass es eine Seele in England gibt, die Godfrey Staunton nicht kennt, den Crack unter den Dreiviertelspielern von Cambridge, Blackheath und fünfmal international eingesetzt. »Du lieber Himmel, Mr. Holmes, wo leben Sie denn?« Holmes lachte über die naive Verwunderung des jungen Riesen. »Sie leben in einer anderen Welt, Mr. Overton, in einer freundlicheren und glücklicheren. Ich beschäftige mich mit vielem in der Gesellschaft, aber noch nie hatte ich, und darüber bin ich froh, etwas mit dem Amateursport zu tun, der besten und gesündesten Sache, die es in England gibt. Dennoch beweist mir Ihr unerwarteter Besuch heute Morgen, dass es sogar in der Welt der frischen Luft und des Fair Play etwas für mich zu tun geben könnte. So, und jetzt, mein lieber Herr, setzen Sie sich bitte und erzählen Sie mir langsam und ruhig ganz genau, was sich zugetragen hat und wie ich Ihnen Ihrer Meinung nach helfen kann. Das Gesicht des jungen Overton nahm den bekümmerten Ausdruck dessen an, der eher gewohnt ist, seine Muskeln anzustrengen als seinen Verstand. Aber allmählich, mit vielen Wiederholungen und unverständlichen Passagen, die ich aus der Erzählung herauslasse, breitete er seine seltsame Geschichte vor uns aus. »Es ist so, Mr. Holmes. Wie ich schon gesagt habe, bin ich der Coacher des Rugby-Teams von der Uni Cambridge und Godfrey Staunton ist mein bester Mann. Morgen sollen wir gegen Oxford spielen. Gestern sind wir alle angereist und haben uns in der Pension Bentley eingemietet. Um 10 Uhr habe ich meine Runde gemacht und nachgesehen, ob alle Burschen in den Federn lagen, denn ich glaube an hartes Training und viel Schlaf, um ein Team fit zu halten. Mit Godfrey sprach ich noch ein paar Takte, ehe er ans Nest ging. Er schien mir blass und bekümmert zu sein. Ich fragte ihn, was denn los wäre. Er sagte, er fühlte sich gut, hätte nur ein bisschen Kopfschmerzen. Ich wünschte ihm eine gute Nacht und ging weg. Eine halbe Stunde später sagte mir der Portier, ein wüst aussehender Mann mit Bart hätte eine Nachricht für Godfrey gebracht. Und da er noch nicht schlief, habe man sie ihm aufs Zimmer gebracht. Godfrey hat den Brief gelesen und ist auf einen Stuhl gefallen, als hätte man ihn vor den Kopf geschlagen. Der Portier war so verängstigt, dass er mich holen wollte, aber Godfrey hat ihn davon abgehalten, einen Schluck Wasser getrunken und sich zusammengenommen. Dann ist er nach unten gelaufen und hat ein paar Worte mit dem Mann gesprochen, der in der Halle wartete, und die beiden sind miteinander fortgegangen. Das Letzte, was der Portier von ihnen sah, war, dass sie die Straße in Richtung Strand fast hinunterrannten. Heute früh war Godfreys Zimmer leer und sein Bett unberührt und seine Sachen waren noch genau so, wie ich sie am Abend zuvor gesehen hatte. Er ist mit diesem Fremden auf und davon gegangen und seitdem hat man kein Wort mehr von ihm gehört. Ich glaube nicht, dass er jemals zurückkommt. Er war ein Sportsmann, unser Godfrey, bis ins Mark. Nie hätte er das Training aufgegeben und seinen Coacher hängen lassen, wenn es sich nicht um eine Sache handelte, die ihm über den Kopf gewachsen war. Nein, ich habe das Gefühl, er ist für immer fort und wir sollen ihn nie wiedersehen. Sherlock Holmes hörte sich diese seltsame Geschichte mit größter Aufmerksamkeit an. Was haben Sie unternommen? Ich habe nach Cambridge telegrafiert, um zu erfahren, ob man dort etwas über seinen Aufenthalt weiß. Antwort ist gekommen. Niemand gesehen. Hätte er denn überhaupt nach Cambridge zurückfahren können? Ja, es gibt einen Nachtzug, Viertel nach elf. Aber soweit Sie wissen, hat er ihn nicht genommen. Ja, keiner hat ihn gesehen. Und was taten Sie als nächstes? Ich telegrafierte an Lord Mount James. Warum an Lord Mount James? Godfrey ist eine Weise und Lord Mount James sein nächster Verwandter, sein Onkel, glaube ich. So, so. Das wirft ein anderes Licht auf die Angelegenheit. Lord Mount James ist einer der reichsten Männer Englands. Godfrey hat sowas gesagt. Und Ihr Freund ist nahe mit ihm verwandt? Ja, er ist sein Erbe und der alte Junge ist fast 80 und bis zum Stehkragen voller Gicht. Es heißt, er könne sein Cue mit den bloßen Knöcheln kreiden. Er hat Godfrey nie einen Schilling gegönnt, so ein schäbiger Filz. Aber bald wird ihm ja alles zufallen. Haben Sie von Lord Mount James etwas gehört? Nein. Aus welchem Grund hätte Ihr Freund zu Lord Mount James fahren sollen? Nun, etwas bedrückte ihn am Abend und wenn es mit Geld zusammenhing, ist es möglich, dass er sich an den nächsten Verwandten wenden wollte, der so viel davon besitzt, wenn er auch, wie ich gehört habe, keine große Chance hat, da was zu bekommen. Godfrey mag ihn nicht sehr. Er würde nicht zu ihm gehen, wenn es sich vermeiden ließ. Das lässt sich leicht feststellen. Wenn aber Ihr Freund seinen Verwandten, den Lord Mount James, aufgesucht hat, bleibt der Besuch des wüstaussehenden Burschen zu so später Stunde zu klären und die Aufregung, die er ausgelöst hat. Cyril Overton presste die Hände gegen die Schläfen. Ich verstehe das alles nicht, sagte er. Nun, nun, ich habe gerade einen freien Tag und werde gern einen Blick in die Angelegenheiten werfen, sagte Holmes. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, Ihre Vorbereitungen auf das Spiel weiterzutreiben, ohne auf den jungen Gentleman zu rechnen. Es muss sich, wie Sie sagen, um eine Sache handeln, die ihm über den Kopf gewachsen ist, dass es ihn auf diese Weise fortgezogen hat. Und die gleiche Sache hält ihn wahrscheinlich auch weiterhin fern. Gehen wir gemeinsam zum Hotel und schauen wir, ob der Portier uns einen neuen Fingerzeig geben kann. Sherlock Holmes verstand sich meisterhaft auf die Kunst, einfache Zeugen im Stand der Ungezwungenheit zu halten. Und so gelang es ihm, in der Intimität des verlassenen Zimmers, das Godfrey bewohnt hatte, aus dem Portier alles herauszuholen, was er zu erzählen wusste. Der Besucher vom gestrigen Abend war kein Gentleman, aber auch kein Arbeiter. Der Portier beschrieb ihn als durchschnittlich aussehenden Burschen, als Mann von 50, mit grauem Bart und blassem Gesicht, in unauffälliger Kleidung, der selber aufgeregt zu sein schien. Der Portier hatte beobachtet, dass ihm die Hand zitterte, als er den Brief übergab. Godfrey Staunton hatte den Brief in die Tasche gestopft. Staunton hatte dem Mann in der Halle nicht die Hand gegeben. Sie hatten nur einige Sätze gewechselt, von denen der Portier nur das Wort Zeit verstehen konnte. Dann waren sie auf die schon beschriebene Art davongegangen. Die Uhr in der Halle hatte halb elf angezeigt. Einen Augenblick bitte, sagte Holmes und setzte sich auf Stauntons Bett. Sie sind doch der Tagportier. Ja, Sir, um elf bin ich mit der Arbeit fertig. Und der Nachtportier hat nichts vermerkt? Nein, Sir, eine Gesellschaft kam spät aus dem Theater, sonst niemand. Hatten Sie gestern den ganzen Tag Dienst? Ja, Sir. Haben Sie Mr. Staunton irgendeine Nachricht aufs Zimmer gebracht? Ja, Sir, ein Telegramm. Ah, das ist interessant. Um wie viel Uhr war das? Gegen sechs. Wo war Mr. Staunton, als er es entgegennahm? Hier in diesem Zimmer. Waren Sie dabei, als er es öffnete? Ja, Sir, ich wartete, ob er eine Antwort schicken wollte. Und? Hat er eine Antwort geschrieben? Ja, Sir, er hat eine geschrieben. Und Sie nahmen sie entgegen? Nein, er hat sie selbst weggebracht. Aber er schrieb in Ihrer Gegenwart? Ja, Sir, ich stand neben der Tür und er am Tisch mit dem Rücken zu mir. Als er mit Schreiben fertig war, sagte er, Geht in Ordnung, Portier, ich besorge das selbst. Womit hat er geschrieben? Mit einer Feder, Sir. Hat er eines von den Telegrammformularen hier auf dem Tisch benutzt? Ja, Sir, das oberste. Holmes erhob sich. Er nahm den Packen Formulare, ging damit zum Fenster und untersuchte gründlich das Blatt, das oben auflag. Schade, dass er nicht mit Bleistift geschrieben hat, sagte er und warf die Formulare mit einem enttäuschten Achselzucken wieder auf den Tisch. Wie Sie wohl oft bemerkt haben, Watson, drückt sich dann die Schrift meistens durch. Ein Umstand, der schon manche glückliche Ehe auseinandergebracht hat. Aber hier kann ich keine Spur finden. Doch freue ich mich, erkannt zu haben, dass er mit einer breiten Feder schrieb und ich zweifle kaum daran, dass wir einen Abdruck auf dem Löschblatt finden werden. Er riss vom Löschpapier einen Streifen ab und schob uns ein paar Hieroglyphen zu. Cyril Overton war sehr aufgeregt. »Halten Sie es gegen den Spiegel!« rief er. »Das ist nicht nötig«, sagte Holmes. »Das Papier ist dünn und die Rückseite wird den Text enthüllen. Hier haben wir's schon.« Er drehte das Blatt um und wir lasen. »Stehen Sie uns bei, um Gottes Willen!« Das ist also der Schluss des Telegramms, das Godfrey Staunton einige Stunden vor seinem Verschwinden aufgab. Mindestens sechs Wörter sind uns entgangen, aber was übrig bleibt, »stehen Sie uns bei, um Gottes Willen!« beweist, dass er eine furchtbare Gefahr kommen sah, vor der jemand ihn bewahren sollte. Und dann uns. Eine weitere Person ist also in die Sache verwickelt. Wer anders könnte das sein als dieser blasse, bärtige Mann, der in einem sichtlich-nervösen Zustand zu sein schien? Welche Verbindung besteht also zwischen Godfrey Staunton und dem bärtigen? Und wer ist der dritte, von dem die beiden sich Hilfe vor der drohenden Gefahr erwarteten? Soweit haben unsere Nachforschungen das Problem schon eingeengt. »Wir müssen nur herauskriegen, an wen er sich mit dem Telegramm wandte,« schlug ich vor. »Genau das, mein lieber Watson. Ihre bestimmt folgerichtige Überlegung ist mir auch bereits durchs Hirn gegangen. Aber sicherlich ist es auch Ihnen schon zu Ohren gekommen, dass Sie, wenn Sie in ein Postamt spazieren und das Kontrollblatt einer Nachricht sehen wollen, die ein anderer aufgegeben hat, auf ziemliche Ablehnung von Seiten der Beamten stoßen könnten. Auf dem Gebiet wiert der Amtsschimmel. Dennoch zweifle ich nicht, dass wir mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Schlauheit ans Ziel kommen. Erst einmal würde ich gern in Ihrem Beisein, Mr. Overton, die Papiere hier auf dem Tisch durchsehen. Da lagen einige Briefe, Quittungen und Notizbücher, die Holmes mit schnellen, nervösen Handbewegungen und flinken, scharfen Blicken überprüfte. »Nichts«, sagte er schließlich. »Übrigens, ich nehme an, Ihr Freund ist ein durch und durch gesunder junger Bursche, dem nichts fehlt?« »Gesund wie frische Luft.« »Nie krank?« »Nicht einen Tag. Einmal hat man ihm in die Knochen getreten und einmal hat er sich das Knie verrenkt, aber das sind ja keine Krankheiten.« »Vielleicht ist er gar nicht so stark, wie Sie annehmen. Ich glaube, er hat irgendein geheimes Leiden. Mit Ihrer Zustimmung möchte ich einige von diesen Papieren an mich nehmen. Es könnte sein, dass Sie etwas mit unseren Nachforschungen zu tun haben.« »Moment mal!« »Moment mal!« rief eine streitsüchtige Stimme. Und als wir in die Richtung blickten, aus der sie kam, sahen wir in der Tür einen zappelnden, zuckenden, komischen alten Mann. Er war in verschossenes Schwarz gekleidet und trug einen breitrandigen Zylinder und eine lose, weiße Halsbinde. Alles in allem machte er den Eindruck eines Pastors vom Land oder eines Angestellten von einem Bestattungsinstitut. Und doch, im Gegensatz zu seiner schäbigen, abgeschmackten Erscheinung, war seine Stimme scharf und die Art seines Auftretens von einer Spannung beherrscht, die Aufmerksamkeit heischte. »Wer sind Sie, Sir? Und mit welchem Recht rühren Sie an die Papiere des Herrn?« fragte er. »Ich bin Privatdetektiv und versuche, das Verschwinden eben des Mannes aufzuklären. Tun Sie das! Und wer hat Sie damit beauftragt?« »Der Herr hier, ein Freund von Mr. Staunton. Scotland Yard hat ihn an mich verwiesen. »Und wer sind Sie, Sir?« »Cyrill Overton.« »Dann haben Sie mir das Telegramm geschickt. Mein Name ist Lord Mount James. Ich bin so schnell gekommen, wie es der Bus von Bayswater zulässt. Sie haben also den Detektiv beauftragt?« »Ja, Sir.« »Und Sie sind auch bereit, die Kosten zu tragen?« »Ich hege keinen Zweifel, dass mein Freund Godfrey, wenn wir ihn gefunden haben, das tun wird.« »Und wenn er nicht gefunden wird, hä? Beantworten Sie mir die Frage.« »In dem Fall wird zweifellos seine Familie...« »Nichts da, Sir!« kreischte der kleine Mann. »Mich brauchen Sie, um keinen Penny anzugehen, um keinen Penny!« »merken Sie sich das, Herr Detektiv.« »Ich bin die ganze Familie des jungen Mannes und ich sage Ihnen, dass ich für nichts aufkomme.« »Wenn er überhaupt etwas erwarten darf, dann nur, weil ich nie Geld verschwendet habe und ich bin nicht willens, jetzt damit anzufangen. Und was die Papiere betrifft, derer Sie sich so frei bedienen, möchte ich Ihnen sagen, dass Sie, wenn es sich um etwas von Wert handeln sollte, Rechenschaft ablegen müssen, was Sie damit getan haben.« »Geht in Ordnung, Sir«, sagte Sherlock Holmes. »Darf ich Sie inzwischen fragen, ob Sie eine Erklärung für das Verschwinden des jungen Menschen haben?« »Nein, Sir, die habe ich nicht. Er ist groß und alt genug, um auf sich selber aufzupassen. Und wenn er so blöde ist, verloren zu gehen, lehne ich jede Verantwortung ab, nach ihm zu suchen.« »Ich verstehe Ihre Haltung«, sagte Holmes mit einem boshaften Augenzwinkern. »Vielleicht verstehen Sie die meine nicht ganz. Godfrey scheint ein armer Mann zu sein. Wenn er gekidnappt worden ist, dann wohl nicht seines eigenen Besitzes wegen. Der Ruf Ihres Reichtums ist weit verbreitet, Lord Mount James, und ich halte es für durchaus möglich, dass sich eine Verbrecherbande Ihres Neffen bemächtigt hat, um von ihm Informationen über Ihr Haus, Ihre Gewohnheiten und den Aufbewahrungsort Ihrer Schätze zu erhalten.« Das Gesicht unseres kleinen, unfreundlichen Besuchers wurde weiß wie seine Halsbinde. »Du lieber Himmel, was für ein Einfall! Ich hätte nie an eine solche Schulkerei gedacht! Was für unmenschliche Schufte es auf der Welt gibt! Aber Godfrey ist ein Prachtjunge, ein treuer Bursche. Nichts würde ihn bewegen können, seinen Onkel ans Messer zu liefern. Ich werde noch heute Abend das silberne Tafelgeschirr auf die Bank bringen lassen. Und Sie, Herr Detektiv, scheuen Sie keine Mühe. Drehen Sie jeden Stein um. Der Junge muss gefunden werden. Was das Geld angeht, nun, wenn es mit einem Fünfer oder sogar mit einem Zehner getan ist, dürfen Sie immer auf mich rechnen. Doch auch in seiner gemäßigten Geistesverfassung vermochte uns der aristokratische Geizhals nichts mitzuteilen, was uns hätte weiterhelfen können, denn er wusste wenig über das Privatleben seines Neffen. Unser einziger Anhaltspunkt war das bruchstückhafte Telegramm. Und mit dem Text in der Hand brach Holmes auf, ein zweites Glied für seine Kette zu suchen. Wir hatten Lord Mount James abgeschüttelt und Overton war gegangen, um sich mit den anderen Mitgliedern seines Teams über das Unglück zu beraten, das sie befallen hatte. Nicht weit entfernt vom Hotel gab es ein Telegrafenbüro. Dort blieben wir stehen. Es lohnt, einen Versuch zu machen, Watson, sagte Holmes. Mit einem Durchsuchungsbefehl könnten wir natürlich Einsicht in die Kontrollzettel verlangen, aber so weit sind wir noch nicht. Ich nehme nicht an, dass man sich an einem derart überlaufenden Ort an Gesichter erinnert. Probieren wir es also. Es tut mir leid, sie belästigen zu müssen, sagte er auf die freundlichste Art zu der jungen Frau hinter dem Schalter. Aber da ist ein kleiner Fehler unterlaufen bei einem Telegramm, das ich gestern aufgab. Ich habe keine Antwort erhalten und fürchte nun sehr, dass ich vergessen habe, meinen Namen drunter zu setzen. Könnten Sie mir sagen, ob dem so ist? Die junge Dame blätterte in einem Bündel Kontrollzettel. Um wie viel Uhr war das? fragte sie. Kurz nach sechs. An wen ist das Telegramm gerichtet? Holmes legte den Finger an die Lippe und warf einen Blick auf mich. Die letzten Worte lauteten, stehen Sie uns bei, um Gottes Willen, flüsterte er vertraulich. Ich bin sehr beunruhigt, dass keine Antwort kommt. Die junge Dame zog eines der Formulare heraus. Hier ist es. Es steht kein Name drunter, sagte sie, das Blatt auf dem Schalterbrett glattstreichend. So erklärt sich natürlich, warum ich keine Antwort erhalte, sagte Holmes. Du lieber Gott, wie kann man nur so dumm sein? Auf Wiedersehen, Miss, und vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Als wir wieder auf der Straße standen, kicherte er und rieb sich die Hände. Nun, fragte ich. Wir kommen voran, mein lieber Watson, wir kommen voran. Ich hatte mir sieben verschiedene Pläne ausgedacht, wie ich einen Blick auf das Telegramm werfen wollte, aber dass es gleich beim ersten Mal klappen würde, hatte ich nicht gehofft. Und was haben Sie dabei gewonnen? Einen Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen. Er winkte eine Droschke heran. The King's Cross Station, sagte er. Wir gehen auf Reisen? Ja, ich glaube, wir müssen gemeinsam nach Cambridge. Alle Hinweise scheinen mir in diese Richtung zu deuten. Haben Sie, sagte ich, als wir die Grey's Inn Road hinauffuhren, schon irgendeinen Verdacht, was den Grund des Verschwindens angeht? Ich glaube, unter all unseren Fällen gab es keinen, bei dem die Motive tiefer im Dunkeln gelegen hätten. Sicherlich glauben Sie doch nicht wirklich, dass der junge Mann gekidnappt worden sei, um ihm Informationen über seinen reichen Onkel zu entlocken. Ich gestehe, mein lieber Watson, dass mir dies als Erklärung nicht sehr wahrscheinlich vorkommt. Sie ist mir nur eingefallen, weil sie mir am ehesten geeignet schien, das Interesse dieses äußerst unfreundlichen alten Mannes zu wecken. Das haben Sie gewiss erreicht, aber welche anderen Möglichkeiten sehen Sie? Ich könnte Ihnen einige nennen. Sie müssen zugeben, es ist seltsam und gibt Anlass zu Vermutungen, dass sich der Vorfall am Vorabend dieses wichtigen Spiels ereignet hat und dass in ihn der Mann verwickelt ist, dessen Mitwirken lebenswichtig für die eine Seite zu sein scheint. Das kann ein zufälliges Zusammentreffen sein, aber ich finde es anregend. Der Amateursport ist frei vom Wettgeschäft. Trotzdem werden im Publikum viele wilde Wetten abgeschlossen. Und so bleibt denkbar, dass es jemand, der Mühe wert gehalten hat, sich eines Spielers zu bemächtigen, wie die Schurken auf der Rennbahn sich eines Pferdes bemächtigen. Das wäre eine Erklärung. Eine zweite, sehr einleuchtende, wäre die, dass, da der junge Mann wie bescheiden seine Mittel gegenwärtig auch sein mögen, wirklich ein großes Vermögen erben wird, womöglich doch geplant sein könnte, über ihn ein Lösegeld zu erpressen. Diese Theorien stellen das Telegramm nicht in Rechnung. Ganz recht, Watson. Das Telegramm bleibt der einzige solide Anhaltspunkt, den wir besitzen. Und es darf nicht geschehen, dass sich unsere Aufmerksamkeit von ihm entfernt. Wir fahren jetzt ja auch nach Cambridge, um Licht in den Zweck des Telegramms zu bringen. Der Pfad unserer Untersuchungen liegt noch im Verborgenen, doch wäre ich sehr überrascht, wenn es uns nicht noch vor dem Abend gelänge, ihn zu erhellen, vielleicht sogar ein beträchtliches Stück auf ihm voranzukommen. Es war schon dunkel, als wir in der alten Universitätsstadt anlangten. Am Bahnhof nahm Holmes eine Droschke und befahl dem Kutscher, zum Haus von Leslie Armstrong zu fahren. Wenige Minuten später hielten wir vor einem großen Gebäude in der belebtesten Durchgangsstraße. Wir wurden eingelassen und nach langem Warten in das Konsultationszimmer gebeten. Der Doktor saß hinter seinem Tisch. Es bezeichnete den Grad meiner Entfremdung von meinem Beruf, dass mir der Name Leslie Armstrong unbekannt war. Jetzt bin ich unterrichtet, dass er nicht nur einer der führenden Köpfe der medizinischen Fakultät dieser Universität ist, sondern auch in mehr als einem Wissenschaftszweig ein Denker von europäischem Format. Aber auch derjenige, der die glänzende Liste seiner Verdienste nicht kannte, fand sich unweigerlich vom bloßen Anblick des Mannes beeindruckt. Ein kantiger, massiver Kopf, nachdenkliche Augen unter buschigen Brauen und eine wie in Granit gehauene, feste Kinnlade. Ein Mann von Charakter, ein Mann mit beweglichem Geist, streng, asketisch, beherrscht, furchteinflößend. So deutete ich Dr. Leslie Armstrong. Er hielt die Visitenkarte meines Freundes in der Hand und sah hoch und auf seinen strengen Zügen lag ein nicht gerade freundlicher Ausdruck. Ich habe schon von Ihnen gehört, Mr. Sherlock Holmes und kenne Ihren Beruf. Einen Beruf, den ich auf keinen Fall gutheißen kann. In der Beziehung, Doktor, finden Sie sich in Übereinstimmung mit jedem Verbrecher dieses Landes, sagte mein Freund ruhig. Insoweit Ihre Tätigkeit darauf zielt, das Verbrechen zu unterdrücken, muss jedes vernünftige Mitglied der Gesellschaft Sie unterstützen, wenngleich ich nicht daran zweifle, dass die offizielle Maschinerie für den Zweck mehr als ausreichend ist. Kritischer muss man Ihren Beruf betrachten, wenn es darum geht, dass Sie das Privatleben der Menschen ausspionieren, an Familienangelegenheiten, die besser verborgen blieben, kratzen und beiläufig auch noch die Zeit von Männern vergolden, die beschäftigter sind als Sie. In diesem Augenblick zum Beispiel sollte ich eine Abhandlung schreiben, anstatt mich mit Ihnen zu unterhalten. Gewiss, Doktor, und doch könnte sich diese Unterhaltung für wichtiger als die Abhandlung erweisen. Beiläufig möchte ich Ihnen sagen, dass wir genau das Gegenteil von dem tun, was Sie sehr zu Recht verurteilen. Wir versuchen zu verhindern, dass private Angelegenheiten in die Öffentlichkeit kommen, was notwendigerweise geschieht, wenn der Fall sich einmal in den Händen der Polizei befindet. Sie können mich als einen irregulären Kämpfer ansehen, der vor der regulären Armee des Landes einhergeht. Ich bin gekommen, um Sie über Mr. Godfrey Staunton zu befragen. Was ist mit ihm? Sie kennen ihn doch, oder nicht? Er ist ein naher Freund. Wissen Sie, dass er verschwunden ist? Wirklich? In dem schroffen Gesicht des Doktors änderte sich kein Zug. Gestern Abend hat er sein Hotel verlassen. Seitdem weiß man nichts mehr von ihm. Er wird schon wieder zurückkommen. Morgen früh findet das Match der Uni statt. Ich habe für diese kindischen Spiele nichts übrig. Das Schicksal des jungen Mannes interessiert mich, seit ich ihn kenne und schätze. Das Rugby-Match kommt überhaupt nicht in meinen Gesichtskreis. Dann bitte ich um Sympathie für meine Nachforschungen zum Schicksal von Mr. Staunton. Wissen Sie, wo er sich aufhält? Nein. Sie haben ihn gestern oder heute nicht gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ist Mr. Staunton gesund? Absolut. Wissen Sie, ob er jemals krank war? Er ist nie krank gewesen. Holmes hielt dem Doktor plötzlich ein Blatt Papier vor die Augen. Dann erklären Sie mir diese Empfangsbestätigung über 13 Guineas, gezahlt im letzten Monat von Mr. Godfrey Staunton an Dr. Leslie Armstrong Cambridge. Ich fand sie unter Papieren auf seinem Tisch. Der Doktor wurde rot vor Ärger. Ich sehe keinen Grund, Mr. Holmes, warum ich Ihnen eine Erklärung geben sollte. Holmes steckte die Quittung in seine Brieftasche zurück. Wenn Sie eine öffentliche Erklärung bevorzugen, sie wird früher oder später erfolgen müssen, sagte er. Ich habe Ihnen schon auseinandergesetzt, dass ich Dinge vertuschen kann, die andere zu veröffentlichen entschlossen sind, und es wäre wirklich weiser, wenn Sie mich völlig in Ihr Vertrauen zögen. Ich weiß nichts von der Sache. Haben Sie von Mr. Staunton aus London gehört? Gewiss nicht. Du liebes bisschen, du liebes bisschen, schon wieder das Postamt. Holmes seufzte bekümmert. Aus London ist an Sie von Mr. Godfrey Staunton gestern um 6.15 Uhr ein dringendes Telegramm abgeschickt worden. Ein Telegramm, das zweifellos mit seinem Verschwinden zusammenhängt. Doch Sie haben es nicht bekommen. Das ist höchst tadelnswert. Ich werde heute bestimmt noch zum hiesigen Postamt gehen und eine Beschwerde einreichen. Dr. Leslie Armstrong sprang von seinem Platz hinter dem Tisch auf. Sein dunkles Gesicht war hochrot vor Wut. Bemühen Sie sich aus meinem Haus, Sir, sagte er. Sie können Ihrem Auftraggeber, Lord Mount James, ausrichten, dass ich nichts mit ihm und seinen Agenten zu tun haben will. Nein, Sir, kein weiteres Wort mehr. Er läutete wild. John, begleiten Sie diese Gentlemen hinaus. Ein wichtig-tourischer Butler führte uns mit strenger Miene zur Tür. Und dann standen wir auf der Straße. Holmes brach in Lachen aus. Dr. Leslie Armstrong ist auf jeden Fall ein energischer Charakter, sagte er. Seit der berühmte Moriarty tot ist, habe ich keinen Mann kennengelernt, der mehr geeignet wäre, die Lücke zu füllen. Er müsste nur seine Talente in der Richtung entwickeln. Und wir, mein armer Watson, stehen jetzt gestrandet und ohne Freunde in dieser ungastlichen Stadt, die wir nicht verlassen können, es sei denn, wir geben unseren Fall auf. Dieses kleine Wirtshaus hier gegenüber dem Domizil von Dr. Armstrong eignet sich hervorragend für unsere Bedürfnisse. Wenn Sie ein Vorderzimmer mieten und besorgen würden, was für die Nacht gebraucht wird, könnte ich noch ein paar Nachforschungen anstellen. Die paar Nachforschungen erwiesen sich als langwieriger, als es sich Holmes vorgestellt hatte, denn er kehrte nicht früher als kurz vor neun Uhr in das Wirtshaus zurück. Er war blass und niedergeschlagen, staubbedeckt, erschöpft und hungrig von den Anstrengungen. Auf dem Tisch stand ein kaltes Abendbrot und erst, als seine Bedürfnisse befriedigt waren und die Pfeife brannte, zeigte er sich bereit, die Dinge unter dem halb komischen und ganz philosophischen Blickwinkel zu sehen, wie immer, wenn eine Affäre nicht richtig lief. Das Geräusch von Kutschenrädern brachte ihn auf die Füße und ans Fenster. Ein Brougham mit ein paar Grauschimmeln stand im Glanz der Gaslampe vor der Tür des Doktors. Der Wagen war drei Stunden unterwegs, sagte Holmes. Abgefahren um halb sieben und jetzt ist er zurück. Das lässt auf einen Radius von zehn oder zwölf Meilen schließen. Die Tour fährt er einmal, manchmal sogar zweimal am Tag. Für einen praktizierenden Arzt ist das nichts Ungewöhnliches. Aber Armstrong ist kein praktizierender Arzt. Er ist Dozent und Berater. Er hat keine Praxis. Das würde ihn bei seiner literarischen Arbeit behindern. Warum aber macht er dann diese langen Ausflüge? Die muss er doch als besonders beschwerlich empfinden. Und wen besucht er? Sein Kutscher, mein lieber Watson, können Sie daran zweifeln, dass ich mich natürlich zuallererst an denen gewandt habe? Ich weiß nicht, ob es angeborene Unflätigkeit war oder ob der Anreiz von seinem Herrn ausging. Jedenfalls betrug er sich so rüde, den Hund auf mich zu hetzen. Aber weder dem Hund noch dem Mann hat der Anblick meines Stockes gefallen und so wurde nichts aus der Sache. Aber die Beziehungen blieben gespannt und es kam nicht zu weiteren Befragungen. Alles, was ich in Erfahrung gebracht habe, stammt von einem freundlichen Einheimischen im Hof unseres Gasthauses. Er erzählte mir von den Gewohnheiten des Doktors und seinen täglichen Reisen. In dem Augenblick, wie um seine Worte zu bestätigen, bog die Kutsche um die Ecke. Konnten Sie sie nicht verfolgen? Ausgezeichnet, Watson, Sie sprühen heute Abend vor Geist. Der Einfall ging mir tatsächlich durch den Kopf. In der Nähe unseres Gasthauses gibt es einen Fahrradladen, wie Sie vielleicht gesehen haben werden. Ich stürzte hinein, mietete ein Fahrrad und es gelang mir, loszufahren, noch ehe die Kutsche außer Sicht war. Mit Tempo holte ich sie ein und folgte in einem Vorsichtsabstand von ungefähr 100 Yard den Lichtern, bis die Stadt hinter uns lag. Es war bereits auf der Landstraße, als etwas Ärgerliches geschah. Der Wagen hielt, Der Doktor stieg aus und kam schnell zu der Stelle, wo ich angehalten hatte und sagte zu mir in prachtvoll-sarkastischem Ton, er fürchte, die Landstraße sei schmal und er hoffe, dass seine Kutsche mein Fahrrad nicht am Überholen hindere. Wirklich bewundernswert, wie er das formulierte. Sofort fuhr ich an der Kutsche vorbei, hielt mich einige Meilen auf der Landstraße und blieb dann an einem günstigen Punkt stehen, um zu beobachten, ob der Wagen vorüberfahren würde. Aber von dem Wagen war nichts zu sehen, sodass ich begriff, er war in eine der verschiedenen Seitenstraßen eingebogen, die ich unterwegs hinter mir gelassen hatte. Ich fuhr zurück, konnte aber nichts mehr von der Kutsche entdecken, die, wie Sie sehen, erst jetzt nach mir zurückgekehrt ist. Selbstverständlich hatte ich anfangs keinen Grund, diese Überlandfahrten mit dem Verschwinden von Godfrey Staunton in Verbindung zu bringen und wollte sie nur deshalb auskundschaften, weil im Augenblick alles, was Dr. Armstrong betrifft, für uns von Interesse ist. Aber jetzt, da ich weiß, dass er jeden derart scharf beobachtet, der ihm auf seinen Ausflügen folgt, scheint die Sache wohl wichtiger zu sein. Und ich werde nicht ruhen, bis ich sie aufgeklärt habe. Wir können ihm morgen nachfahren. Können wir? Das ist nicht so einfach, wie sie anzunehmen scheinen. Sie sind mit der Umgebung von Cambridge nicht vertraut, nicht wahr? Sie lädt nicht zum Verstecken ein. Das ganze Land, das ich heute Abend abgefahren habe, ist so flach und glatt wie ihre Handfläche. Und der Mann, dem wir folgen, ist kein Narr. Das hat er heute Abend eindeutig bewiesen. Ich habe Overton telegrafiert, dass er uns alle neuen Entwicklungen in London an diese Adresse kabeln soll. Und in der Zwischenzeit können wir nichts tun, als unsere Aufmerksamkeit auf Dr. Armstrong zu konzentrieren, dessen Namen mir die entgegenkommende junge Dame auf dem Formular von Stauntons dringendem Telegramm in dem Telegrafenbüro zu lesen erlaubt hat. Er weiß, wo sich der junge Mann befindet. Darauf leiste ich jeden Spur. Und wenn er es weiß, dann liegt es an unserem eigenen Versagen, wenn wir es nicht auch erfahren. Vorerst müssen wir zugeben, dass er einen fetten Stich gemacht hat. Aber Sie kennen mich, Watson, es ist nicht meine Sache, das Spiel in solch einer Stellung zu belassen. Und doch brachte uns der nächste Tag der Lösung des Geheimnisses nicht näher. Nach dem Frühstück wurde uns ein Brief übergeben. Holmes schob ihn mir mit einem Lächeln zu. Er lautete, Sir, ich kann Ihnen versichern, dass Sie Ihre Zeit verschwenden, indem Sie meiner Spur nachschnüffeln. Wie Sie gestern Abend wohl entdeckt haben werden, befindet sich hinten in meinem Brougham ein Fenster. Und wenn Sie Lust zu einer Fahrt über 20 Meilen haben, die Sie wieder an Ihren Ausgangspunkt zurückbringt, brauchen Sie sich nur an mich zu hängen. Außerdem kann ich Ihnen versichern, dass Ihre Bespitzelung meiner Person, Mr. Godfrey Staunton, in keiner Weise helfen wird. Und es ist meine Überzeugung, dass der beste Dienst, den Sie dem Herrn erweisen können, darin besteht, sofort nach London zurückzukehren und Ihrem Auftraggeber zu erklären, es sei Ihnen nicht gelungen, ihn aufzustöbern. Die Zeit, die Sie in Cambridge verbringen, ist auf jeden Fall verschwendet. Ihr Ergebener Leslie Armstrong Der Doktor ist ein ausgesprochen ehrlicher Gegner, sagte Holmes. Nun, er erregt meine Neugier und ich muss mehr wissen, ehe ich von ihm ablasse. Sein Wagen steht gerade vor der Tür, sagte ich. Da steigt er ein. Ich habe beobachtet, wie er zu Ihrem Fenster hochblickte. Soll ich einmal mein Glück mit dem Fahrrad versuchen? Nein, nein, mein lieber Watson. Bei all Ihrem angeborenen Scharfsinn sind Sie doch kein gleichwertiger Gegner für den ehrenwerten Doktor. Ich glaube, dass ich durch ein paar unabhängige eigene Erkundungen ans Ziel gelangen werde. Ich fürchte, ich muss sie ihren eigenen Einfällen überlassen, da das Erscheinen von zwei Fremden, die Nachforschungen anstellen, in so einer schläfrigen Gegend mehr Klatsch erzeugen könnte, als mir lieb ist. Sie werden sicherlich in dieser ehrwürdigen Stadt einiges Sehenswürdige finden, das Sie amüsiert, und ich hoffe, ich kann Ihnen bis zum Abend einen günstigeren Bericht geben. Doch war meinem Freund noch einmal Enttäuschung beschieden. Am Abend kehrte er müde und erfolglos zurück. Ich habe einen fruchtlosen Tag hinter mir, Watson. Da ich einigermaßen die Richtung kannte, die der Doktor einschlägt, verbrachte ich den Tag damit, all die Dörfer abzuklappern, die auf der Seite von Cambridge liegen, und erkundigte mich bei Gastwirten und anderen lokalen Nachrichtenagenturen. Ich habe ein gutes Stück Weg hinter mich gebracht, habe Chesterton, Hinton, Water Beach und Oakington abgegrast und überall eine Enttäuschung erlebt. Das tägliche Auftauchen eines Brougham mit zwei Pferden kann doch in verschlafenen Nestern nicht ungemerkt bleiben. Der Doktor hat wieder einen Stich gemacht. Ist ein Telegramm für mich angekommen? Ja, ich habe es geöffnet. Das steht drin. Fragen Sie bei Jeremy Dixon vom Trinity College nach Pompeii. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich schon. Es kommt von unserem Freund Overton und ist die Antwort auf eine Frage, die ich ihm gestellt habe. Ich werde Mr. Jeremy Dixon sofort ein Briefchen schicken. Dann zweifle ich nicht mehr, dass sich das Glück wendet. Gibt es übrigens Nachrichten vom Match? Ja, die hiesige Zeitung hat in ihrer letzten Ausgabe einen ausgezeichneten Bericht gebracht. Oxford hat mit einem Tor Unterschied gewonnen. Die letzten Sätze des Artikels lauten Die Niederlage der Hellblauen kann man zur Gänze dem unglücklichen Umstand zuschreiben, dass der internationale Crack Godfrey Staunton fehlte, dessen Abwesenheit jede Sekunde des Spiels spürbar war. Das mangelhafte Zusammenspiel in der Dreiviertelreihe und die Schwäche in Angriff und Verteidigung machten die Anstrengungen eines schwer arbeitenden Sturms schier zunichte. Dann haben sich also die Voraussagen unseres Freundes Overton erfüllt, sagte Holmes. Persönlich stimme ich mit Dr. Armstrong überein. Rugby kommt auch nicht in meinen Gesichtskreis. Aber heute Abend geht es früh ins Bett, denn ich sehe voraus, dass der morgige Tag ereignisreich wird. Als ich am nächsten Morgen den ersten Blick auf Holmes warf, packte mich entsetzen, denn er saß am Kamin und hielt eine kleine Injektionsspritze in der Hand. Ich brachte das blitzende Instrument sofort mit seiner einzigen Charakterschwäche in Zusammenhang und befürchtete das Schlimmste. Er aber lachte über mein bestürztes Gesicht und legte das Instrument auf den Tisch. Nein, nein, mein lieber Junge, es gibt keinen Grund für sie, sich zu beunruhigen. Diesmal ist sie nicht das Instrument des Bösen, vielmehr wird sie sich als der Schlüssel zu unserem Geheimnis erweisen. Auf diese Spritze gründe ich all meine Hoffnungen. Ich bin gerade zurück von einer kleinen Pfadfinder-Tour und denke, dass alles günstig steht. Frühstücken Sie gut, Watson, denn ich habe beschlossen, mich heute an Dr. Armstrongs Fersen zu heften, und wenn ich einmal dabei bin, gönne ich mir keine Pause zum Essen oder Trinken, bis ich ihn in seinem Bau gestellt habe. In dem Falle, sagte ich, müssen wir wohl unser Frühstück mitnehmen, denn er bricht früh auf, sein Wagen steht schon vor der Tür. Macht nichts, soll er doch fahren. Er wird schlau sein und einen Weg einschlagen, auf dem ich ihm nicht folgen kann. Kommen Sie nach unten, wenn Sie fertig sind. Ich möchte Sie mit einem Detektiv bekannt machen, der für die Arbeit, die vor uns liegt, hervorragend spezialisiert ist. Ich folgte Holmes die Treppe hinunter in den Hof mit den Stellen. Er öffnete einen Verschlag und ließ einen dicklichen, weißbraun gescheckten Hund mit Schlappohren heraus, eine Mischung zwischen Stöber und Fuchshund. Darf ich Ihnen Pompei vorstellen, sagte er. Pompei ist der Stolz der Spürhunde der ganzen Gegend, nicht gerade der schnellste, wie sie an seinem Bau erkennen können, aber auf der Fährte steht ich. Na, Pompei, wenn du auch nicht schnell bist, ist doch zu erwarten, dass du immer noch zu flink bist für ein paar Londoner Herren mittleren Alters und so erlaube ich mir, diese lederne Leine an deinem Halsband zu befestigen. Los jetzt, Jungchen, zeig, was die Straße hinunter und zerrte beim Versuch, Tempo zu machen, an der Leine. Nach einer halben Stunde lag die Stadt hinter uns und wir eilten über eine Landstraße. Was haben sie nur angestellt, Holmes? fragte ich. Ich habe eine uralte, doch gelegentlich nützliche Methode angewandt. Heute Morgen bin ich in den Hof des Doktors gegangen und habe eine Spritze voll Anisöl auf die hinteren Wagenräder geträufelt. Ein Spürhund folgt dem Anisgeruch bis zu John O'Groats Haus und unser Freund Armstrong müsste schon durch den Cam fahren, um Pompey von seiner Spur abzubringen. Der gerissene Kerl, hier hat er mich also vorgestern Abend genas führt. Der Hund lief plötzlich von der Landstraße weg und auf einen gras bewachsenen Pfad. Nach einer halben Meile endete der Pfad an einer breiten Chaussée und die Spur führte scharf rechts wieder auf die Stadt zu, aus der wir gekommen waren. Die Straße beschrieb einen Bogen nach dem Süden der Stadt, verlief entgegengesetzt der Richtung, in die wir aufgebrochen waren. So hat er den Umweg nur unseretwegen gemacht, sagte Holmes. Kein Wunder, dass meine Umfragen in den Dörfern zu nichts führten. Der Doktor reizt sein Spiel bis zum Letzten aus. Und da fragt man sich doch, warum er solch eine aufwendige Täuschung unternimmt. Das da rechts müsste das Dorf Trumpington sein. Und beim Zeus, da kommt auch schon der Brougham um die Ecke. Schnell, Watson, schnell, oder es ist um uns geschehen. Er sprang durch ein Tor auf ein Feld, den widerspenstigen Pompei hinter sich herzerrend. Kaum hatten wir uns hinter einer Hecke verborgen, als der Brougham vorüberrasselte. Es gelang mir, einen Blick auf den im Wagen sitzenden Dr. Armstrong zu werfen. Seine Schultern hingen, das Gesicht hatte er in den Händen vergraben. Ein Bild des Elends. Am ernster gewordenen Gesicht meines Gefährten bemerkte ich, dass er das gleiche wie ich beobachtet hatte. Ich fürchte, unsere Suche sagte er. Es kann nicht mehr lange dauern, bis wir es wissen. Komm, Pompey. Ah, das Landhäuschen dort im Feld hat es ihm angetan. Es war kein Zweifel möglich, dass wir das Ziel unseres Ausflugs erreicht hatten. Pompey rannte hin und her und winselte vor der Gartentür, wo die Spuren der Räder des Broughams noch zu sehen waren. Ein Pfad führte zu dem einsamen Häuschen. Holmes band den Hund an der Hecke fest und wir liefen los. Mein Freund klopfte an die kleine roh gezimmerte Tür und klopfte noch einmal und bekam keine Antwort. Doch das Häuschen war nicht unbewohnt, denn ein leiser Ton drang an unser Ohr, etwas wie ein Summen, in dem Not und Verzweiflung schwangen und das unsagbar melancholisch klang. Holmes verharrte unschlüssig, blickte dann zurück auf die Straße, die wir soeben überquert hatten. Ein Brougham näherte sich und an den beiden Grausschimmeln erkannten wir zweifelsfrei, wem er gehörte. Beim Zeus, der Doktor kommt zurück, rief Holmes. Das entscheidet alles. Wir müssen wissen, was es bedeutet, ehe er hier ist. Er öffnete die Tür und wir traten in die Halle. Das Summgeräusch war jetzt lauter und schlug dann als langgezogenes tiefes Wehklagen an unser Ohr. Es kam von oben. Holmes sprang die Treppe hinauf und ich folgte ihm. Er stieß an eine halb geöffnete Tür. Bei dem Bild, das sich uns dann bot, blieben wir beide entsetzt stehen. Eine schöne junge Frau lag tot auf dem Bett. Ihr sanftes, bleiches, von dichtem blondem Haar umrahmtes Gesicht blickte aus erblassten, weit geöffneten blauen Augen zur Decke. Am Fuß des Bettes verharrte in halb kniender, halb sitzender Stellung den Kopf in den Kleidern der Frau vergraben ein junger Mann, dessen Körper von Schluchzen geschüttelt wurde. Er war so tief in seine Trauer versunken, dass er nicht aufblickte, bis ihm Holmes die Hand auf die Schulter legte. Sind Sie Mr. Godfrey Staunton? Ja, ja, ich bin es, aber Sie kommen zu spät. Sie ist tot. Der Mann war so benommen, dass er nichts anderes denken konnte, als dass wir Ärzte seien, die ihm als Beistand geschickt worden waren. Holmes wollte gerade einige Trostworte anbringen und die Aufregung mitteilen, die sein plötzliches Verschwinden unter seinen Freunden ausgelöst hatte, als wir Schritte auf der Treppe hörten und und dann und dann massige finstere fragende Gesicht Dr. Armstrongs von der Tür her auf uns gerichtet sahen. Meine Herren, sagte er, Sie haben Ihr Ziel erreicht und einen besonders heiklen Zeitpunkt für Ihr Eindringen gewählt. Ich werde im Angesicht des Todes keinen Streit anfangen, aber ich versichere Ihnen, wenn ich jünger wäre, würde ich Ihre ungeheuerliche Aufführung nicht ungestraft lassen. Ich bitte um Entschuldigung, Dr. Armstrong, ich glaube, wir haben entgegengesetzte Absichten, sagte mein Freund mit Würde. Wenn Sie mit uns nach unten gingen, könnten wir einander die unglückliche Geschichte erklären. Einige Minuten später saßen der grimmige Doktor und wir unten im Wohnzimmer. Nun, Sir, sagte er, ich möchte vor allem, dass Sie begreifen, ich bin nicht von Lord Mount James engagiert. Und mein Mitgefühl gilt ganz und gar nicht diesem Edelmann. Wenn ein Mensch verschwunden ist, besteht meine Pflicht darin, seinen Verbleib auszuforschen. Wenn das gelungen ist, endet für mich die Sache. Und so nichts Kriminelles vorliegt, bin ich viel eher bestrebt, Skandale um Privates zu vermeiden, als sie in die Öffentlichkeit zu tragen. Da, wie ich annehme, in diesem Fall kein Bruch des Gesetzes vorliegt, können Sie sich absolut auf meine Diskretion verlassen und darauf, dass ich Ihnen helfen werde, die Geschehnisse aus den Zeitungen herauszuhalten. Dr. Armstrong machte einen schnellen Schritt auf Holmes zu und drückte ihm die Hand. Sie sind ein anständiger Bursche, sagte er. Ich habe sie falsch beurteilt. Ich danke dem Himmel, dass mich meine Gewissensbisse, den armen Staunton in seinem Zustand allein gelassen zu haben, bewogen, den Wagen zurückzulenken und ich so ihre Bekanntschaft machen konnte. Einem, der schon so viel weiß wie sie, lässt sich die Situation leicht erklären. Vor einem Jahr wohnte Godfrey Staunton für einige Zeit in London. Er fühlte sich leidenschaftlich zur Tochter seiner Zimmervermieterin hingezogen und heiratete sie. Sie war so gut wie schön und so intelligent wie gut. Kein Mann hätte sich einer solchen Frau schämen dürfen. Aber Godfrey ist der Erbe dieses sauertöpfischen alten Aristokraten und es war ganz sicher, dass ein Bekanntwerden der Heirat das Ende der Erbschaft bedeutet hätte. Ich kannte den jungen Mann gut und schätzte ihn wegen vieler hervorragender Eigenschaften. Ich tat alles, um ihm zu helfen. Wir bemühten uns, die Sache vor jedermann geheim zu halten, denn wenn einmal ein Gerücht aufgekommen ist, dann dauert es nicht lange, bis alle im Bilde sind. Dank dieses einsamen Häuschens und seiner Verschwiegenheit hatte Godfrey bis jetzt Erfolg. Um das Geheimnis wusste niemand außer mir und einem ausgezeichneten Diener, der jetzt in Trumpington ist, um Hilfe zu holen. Aber dann kam ein schrecklicher Schlag. Godfreys Frau erkrankte lebensgefährlich. Es war Lungenschwindsucht der virulentesten Art. Der arme Junge war halb wahnsinnig vor Kummer. Und doch musste er nach London, um bei diesem Match mitzuspielen, dem er sich nicht entziehen konnte, es sei denn durch eine Erklärung, die sein Geheimnis preisgegeben haben würde. Ich versuchte, ihn durch ein Telegramm aufzuheitern, und er schickte mir eines als Antwort, indem er mich anflehte, alles in meinen Kräften stehende zu tun. Das war das Telegramm, das sie auf unerklärliche Weise gesehen zu haben scheinen. Ich ließ ihn nicht wissen, wie groß die Gefahr war, denn ich wusste, dass er hier nichts nützen konnte. Aber ich teilte dem Vater des Mädchens die Wahrheit mit, und der setzte sich unvernünftiger Weise mit Godfrey in Verbindung. Das Ergebnis war, dass er auf der Stelle her kam, in einem Zustand, der an Wahnsinn grenzte. Und in diesem Zustand hat er an ihrem Bett gekniet, bis der Tod heute Morgen ihrem Leiden ein Ende setzte. Das ist alles, Mr. Holmes, und ich bin sicher, dass ich mich auf Ihre und Ihres Freundes Diskretion verlassen kann. Holmes ergriff die Hand des Arztes. Kommen Sie, Watson, sagte er, und wir traten aus dem Haus des Jammers in die bleiche Sonne eines Wintertages. Untertitelung des ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF Untertitelung des ZDF, 2020